Hallo Freunde, schönen guten Tag, ich bin hier beim Out4Fame, gerade spielt Kulji Rap und jetzt kommt eins meiner Highlights vom Out4Fame, das heutige Highlight und zwar Sonntag, mein Cheatdate, ich habe immer eine ganz strenge Diät, immer Frühstück 13.30, Abend isst 19.30, streng vegan und so weiter und so fort, außer am Sonntag. Am Sonntag esse ich immer Kuchen und trinke Kaffee. Morgen bin ich im Backstage und da kommt irgendeiner zu mir und sagt, nein hier kein Kuchen, Diät, Domic Donuts, ich habe die Diät, Domic Donuts, Beste, dafür feiere ich die Jungs so hart, die aller allerbesten, Donut Company in Paderborn, immer wenn ich in Paderborn bin, trefft ihr mich bei der Donut Company, wir machen immer Autogrammstunde, ja ich bedanke mich und euch findet man in Paderborn und zwar wo? In der Heierstraße, 39. Jo, also ich gehe jetzt meine Donuts essen und zwar esse ich am Cheatdate alle 6, auf einmal, aber das werde ich nicht livestreamen und ich sage Dankeschön an die Donut Company. Peace. Nummer 1.